Was ist in Wolfsburg? Wolfsburg hat mich für viele Jahre geschaut und ich habe viel mit Trainer und Trainerinnen gesprochen. Es ist ein sehr erfolgreiches Klub und mit sehr guten Spielerinnen. Es war ein guter Ball. Ich mag den Ball im Team halten. Ich will gerne den Ball selber viel haben. Aber ich mag auch ein bisschen direkten Fußball und immer für ein Tor jagen. Ich bin ein, ähm, 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 what's kind, kind? Ein Typ? Ja, also ein nice, you know, kinder Person. Ja, netter Mensch, guter Mensch. Ja, kann man das sagen? Ja. Ja, ähm, ich probiere alle zu sehen und, äh, ja. Es ist, zusammenzustehen, immer supporten uns einander und, äh, ja, Spaß haben. Und, äh, ja, viel Lachen und so. Und, äh, ja, viel Lachen und so. Jetzt sind wir, äh, Titeln gewinnen. Äh, und, äh, ja, Champions-League-Titel, so wir gewinnen.